Der englischen Woche Die letzten beiden Bundesligaspieltage werden dann in der langen Konferenz gezeigt. Jetzt geht es aber los. Lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt. Und dann geht es jetzt los mit Frankfurt gegen Schalke. Viel Spaß! Das frühe Mittwochabendspiel gehörte Frankfurt und Schalke. Eintracht Frankfurt konnte mit 4 zu 1 gegen die Hertha gewinnen. Alle Abstiegssorgen damit von sich streifen. Und der FC Schalke 04 zeigte eine sehr gute Leistung gegen Leverkusen, spielte dort am Ende 1 zu 1. Hier war Eintracht Frankfurt zunächst die bessere Mannschaft. Neunte Spielminute. Philipp Kostic mal in der Rolle des Abnehmers. Schöne Flanke von Danny Da Costa. Der Kopfball dann aber von Nübel pariert. Standardsituation sowieso bei Eintracht Frankfurt immer ein Thema. 17. Minute. Philipp Kostic springt ihn von rechts rein. Abraham verlängert am zweiten Pfosten. Jibril Sow zur Stelle. 17. Spielminute. Das 1 zu 0 für die SGE. Aber Schalke drehte jetzt auf. Nach wie vor von Verletzungen geprägt. Aber das machte eben auch irgendwie erfinderisch. So, dass Weston McKennie seine breit gefächerte Qualität auch im Mittelsturm teilweise zeigen konnte. Hier schließt er mit links ab. Vom Innenpfosten springt der Ball ins Tor. Und die Königsblauen davon getragen. Schöpf und Jonjo. Kenney. Wunderbare Flanke. Ahmed Kutucu dreht das Spiel. 28. Minute. Das 2 zu 1 für die Gäste. Jetzt ging es richtig schnell. Und es bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand. Frankfurt machte zwar gut mit. Aber die Schalker, die wussten hier wirklich richtig zu gefallen in der Commerzbank Arena. Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Beide Mannschaften hörten nicht auf mit dem Fußballspielen. Und Kostic. Wieder Kostic. Und natürlich ein Abnehmer in der Mitte. Dominic Koha mit seinem ersten Saisontreffer. Muss nur noch einlaufen. Da sind die Schalker zu weit weg. Vorbei der Ball. Anübel. Aber die Wagner-Elf brach nicht zusammen. Weston McKennie. Bojelab. Und wieder Kutucu. Kevin Trapp hält aber den Ball. Kann sich jetzt mal auszeichnen. Bei den Treffern war er machtlos. Hier fischt er den Ball mit der rechten Hand. Noch raus. Frankfurt schien aber den etwas längeren Atem zu haben. Der breiter besetztere Kader Kostic zieht in den Strafraum ein. Liegt zurück. Und da ist Bastost. Die Partie ein zweites Mal gedreht. Diesmal macht es Frankfurt und Bastost erzielt das 3 zu 2. Gegen die Hertha noch das 1 zu 1 gemacht. Jetzt erzielt er hier den Siegtreffer. Ein spannendes Spiel. Hätte eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt. Frankfurt ist die etwas glücklichere Mannschaft. Aber Schalke agierte auf Augenhöhe. Brutal wichtige 3 Punkte waren das für den FC Augsburg am vergangenen Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05. Dort konnte man in der 1. Minute das Siegtor erzielen. Danach geschah nichts mehr. Auch die Fuggerstädter hier mit dem besseren Beginn. 7. Minute. Guter Abschluss von Florian Niederlechner. Er hatte diesen Siegtreffer gegen Mainz erzielt. Startet hier etwas zu früh. Ist dann mit dem Knie im Abseits. Die erste Hälfte war nicht sonderlich viel von Spaß geprägt. Jetzt aber mal die Kraichgauer Zuba. Legt den Ball zurück zu Dabur. Der macht ein kleines Tänzchen mit dem Ball. Lässt dann Raube Leo mehr oder weniger ins Leere laufen und schließt ab. Das 1 zu 0 für die TSG etwas schmeichelhaft. Augsburg kam besser rein. Aber sie entwickelten auch keine wirkliche Durchschlagskraft. Sodass das 0 zu 1 auch nicht gänzlich unverdient war. Der zweite Durchgang nun aber von den Gastgebern richtig gut geführt. Quasi wie ausgewechselt. 49. Oliver Baumann macht sich schon mal gefasst. Da wird einiges jetzt auf ihn zurollen. Ein Sieg heute für den FCA wäre ein riesiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Für die Sinsheimer wäre ein Sieg nochmal ein Angriff auf die Europa League Plätze. Etwas über eine Stunde gespielt. Niederlechner. Schön das Auge für André Hahn. Der ist dann im Zentrum doch ziemlich frei, weil sich da alles auf Niederlechner fokussiert. Den Ball spielt er dann mit der Seite ins kurze Eck. Vorbei an Baumann. Die Fuggerstädter hatten noch nicht genug. Nachspielzeit. Nochmal der FCA. Richter zu Niederlechner. Was für eine Aktion. Das 13. Saisontor in der ersten Minute der Nachspielzeit steht nicht im Abseits. Legt sich den Ball dann selber hoch und schließt unwiderstehlich mit dem linken Spann ab. Unhaltbar für Baumann und die Partie war gedreht und entschieden. Danach kam nichts mehr. Augsburg steigert sich stark im zweiten Durchgang und verdient sich so diese drei Punkte. Bayer 04 Leverkusen konnte mit dem Unentschieden gegen Schalke an Gladbach erstmal wieder vorbeiziehen. Und jetzt hatte man es in der eigenen Hand gegen die Geißböcke. Musste man dann aber auch nachziehen. Köln startete aber deutlich besser. Und wie? Siebte Minute. Jean Corduba mit dem 1 zu 0 für die Geißböcke. Bei der Gisdolp 11 läuft es nach der Corona-Pause überhaupt nicht mehr. Und man muss jetzt tatsächlich doch nochmal nach unten schauen, ob der Tabellen 16. Vielleicht sogar der 17. nochmal ranrücken kann jetzt. Aber in der Defensive mit einigen Problemen. 13. Minute der Ausgleich bereits durch Kai Havertz. Aber der Ball ganz knapp nur über die Linie gekommen. Horn verschätzt sich. Dann der Kopfball von Havertz. Und das sind wirklich Zentimeter, Millimeter, die da entscheiden. Doch die Geißböcke kaum davon eingeschränkt oder beeindruckt. Wieder die Führung. 2 zu 1. Kingsley, Isibue. Im Hinspiel konnten sie das sowieso für sich entscheiden. Da ging es richtig los unter Gisdolp. Doch Bayer Leverkusen mittlerweile auch nochmal in einer anderen Verfassung. Kai Havertz. Ansatzlos. 40. Minute. Ein wahnsinniges Spiel. Hier im ersten Durchgang. 40. Minute. Das 2 zu 2 bedeutete dann erstmal den Halbzeitstand. Und es war wirklich eine turbulente Partie. Und Köln spielte nach vorne richtig gut mit. Der zweite Durchgang dann aber weitestgehend in der Hand von Bayer 04 Leverkusen. Charles Aranguiz, Demir Bay zu Kevin Volland. 3 zu 2. Es geht so weiter wie im ersten Durchgang. 54. Spielminute. Vorbei an Horn aus kurzer Distanz. Sieht nicht richtig glücklich aus. Ist aber dann schwer ihm da noch irgendwelche Vorwürfe zu machen. Und Köln brauchte Ewigkeiten um sich davon zu erholen. Leverkusen machte es auch gut. Doch der 1. FC Köln nach vorne etwas zu ideenlos. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Jonas Hector nochmal mit Cordoba. Jonas Hector aus 16 Metern. Die beste Chance im zweiten Durchgang. Aber von Radetzki pariert. Und das bringt Leverkusen auf die Siegerstraße. Sie gewinnen mit 3 zu 2. Köln muss jetzt wirklich nochmal ganz große Augen nach unten machen. RB Leipzig sicherte sich ein 2 zu 0 gegen Hoffenheim. Und damit quasi die Champions League. Aber da muss man jetzt noch den Nagel draufsetzen. Jetzt gegen Fortuna Düsseldorf standen die Zeichen relativ klar. Düsseldorf ist zwar nicht schlecht drauf. Aber trotzdem hier individuell klar unterlegen. Und das zeigte sich von Beginn an. Düsseldorf erstmal darauf bedacht die Defensive zu stabilisieren. Gegen Dortmund hielt man lange gut mit. Jetzt musste man hier aber den Gegentreffer von Marcel Sabitzer erstmal verkraften. Und Leipzig hörte nicht auf hier Fußball zu spielen. Denn es hatte hier gegen Freiburg, gegen Paderborn unnötige Unentschieden gegeben. Die man sich hätte verkneifen sollen. Werner mit der Vorlage das 2 zu 0 in der 22. Minute durch Patrick Schick. Und der Weg wurde nun immer weiter und immer steiniger für die Gäste aus Düsseldorf. Weiterhin RB Leipzig im Vorwärtsmarsch. Dani Olmo legt den Ball einmal quer zu Marcel Sabitzer. Der steckt nochmal durch zu Timo Werner. Und der trifft jetzt auch. 44. Minute das 3 zu 0. Eine ganz, ganz klare Sprache. In der Höhe aber auch absolut verdient. Leipzig macht hier ganz klar das Spiel. Und Werner eines seiner letzten Heimspiele hier wohl für RB Leipzig. Der zweite Durchgang ging dann nicht viel besser los für Düsseldorf, weil Konrad Leimer auch nochmal zuschlagen wollte. 52. Minute das dritte Saisontor für ihn. Und diesmal ist es ein wunderschönes Schlägt oben ein. Nicht zu halten für Carsten Mayer. Der konnte einem leid tun. Düsseldorf muss auch auf das Torverhältnis schauen. Deswegen ist jeder Treffer wertvoll. Das ist Suttner zu Sobotka. Immerhin das 4 zu 1 noch eine halbe Stunde zu spielen. Aber das war tatsächlich einer der wenigen negativen Ausreißer von RB Leipzig hier in der Defensive. Auch wenn Düsseldorf kurz nach diesem 4 zu 1 nochmal den Druck erhöhte. Karamann nimmt wieder Sobotka mit. Schön in den Lauf gelupft von Suttner. Der Ball geht dann aber auf die Tribüne. Und wurde dann auch nicht mehr als auf die Torschussliste genommen. Denn es kam nicht mehr viel danach. 4 zu 1 eine klare Sprache. Düsseldorf zeigte sich besser im zweiten Durchgang. Muss jetzt aber erstmal auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Der BVB empfing am Mittwochabend den ersten FSV Mainz 05. Und die Mainzer, sie stecken mittlerweile noch tiefer drin. Vielleicht tiefer drin denn je. Das 0 zu 1 gegen den FC Augsburg. Einen direkten Konkurrenten war einfach unnötig. Und hätte man sich ganz anders vorgestellt. Jetzt gegen den BVB müsste schon eine überragende Leistung her, um da was mitzunehmen bei den gut aufgelegten Schwarz-Gelben. Hier ist es Hazard in der Anfangsphase mit einem doch recht harmlosen Kopfball. Aber der erste FSV Mainz 05 bunkerte sich dann nicht defensiv ein, sondern setzte auch Akzente nach vorne. Diesmal über die rechte Seite. Akanji klärt in den Rückraum. Kunde legt quer zu Danny Latza. Und da fordert er Bürki das erstmal richtig. 18. Spielminute. Das ist nicht leicht zu arrangieren für den Schweizer Schlussmann, aber der Schuss von Latza auch nicht platziert genug. Der BVB trotzdem spielbestimmend Mainz hatte aber immer wieder gute Umschaltsituationen. Man konnte also nicht alles nach vorne werfen. Aus Dortmunder Sicht, hier ist es dann mal Emre Can nach einer halben Stunde gegen Florian Müller. Aber der Weg ins Tor wurde bis dato noch nicht gefunden. Und so mussten die Teams ohne einen Treffer in die Cuttop-Kompen gehen. Für Mainz sicherlich etwas zufriedenstellender. Der BVB hat sich hier etwas mehr erhofft. Aber es ist eben ein Bundesligaspiel. Und da muss man sich in jedes Spiel zu 100% reinschmeißen. Und der 2. Durchgang ging dann auch wieder besser los für Mainz. Also die waren hier wirklich sehr gut dabei. Kunde mit der nächsten Chance. Und das ist jetzt dann schon fast fahrlässig. Klar wird er noch behindert. Aber wenn man solche Möglichkeiten im Westfalenstadion im Signal Iduna Park bekommt, dann sollte man die doch bestens auch verwandeln. Nun der BVB mit erhöhtem Druck. Axel Witzel zu Julian Brandt. Das 1 zu 0. Doch die Freude hielt nur kurz. Die Fahne ging hoch. Wurde dann überprüft. Wir sehen es hier. Witzel spielt Brandt einen Schritt in der verbotenen Zone. Und somit ist diese Entscheidung vollkommen korrekt. Auch wenn sie sehr ärgerlich ist. Doch der BVB hatte den etwas längeren Atem. Mainz wollte jetzt den Punkt mitnehmen. Dortmund war mit diesem 0 zu 0 nicht zufrieden. Guerreiro bleibt hier im Ballbesitz. Emre Can. Axel Witzel nochmal jetzt mit dem guten Pass. Hazard. Geniestreich. Hakimi in der Mitte. Dann Sancho völlig frei. 89. Minute. Der Lucky Punch. Und das ist super herausgespielt. Sodass Sancho im Prinzip nur noch den Schlappen hinhalten muss. Das macht er auch. Und entscheidet ganz spät diese Partie. Extrem bitter für den ersten FSV Mainz 05. Die hätten sich hier nochmal mit einem Punkt belohnen können. Dortmund sichert Platz 2. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten. Am Donnerstag kommt dann die große Konferenz. Neuen Spiele parallel. Auch noch die zweite Liga. Schaut wie gesagt nochmal gerne bei meinem Zweitliga Podcast rein. Bis dann. Haut rein und Adios. Schaut wie gesagt.